Im Rahmen der 6.5 Woche vom 21. bis 24. Oktober gestalteten die Hochschule Mittweida und der NABU Landesverband Sachsen gemeinsam einen Tag der Biodiversität. Unter der Überschrift Biodiversität, was ist das? wurden am Dienstag in kurzen Vorträgen verschiedene Aspekte der Biodiversität von Genbanken bis zur Agrarpolitik beleuchtet. Eine Podiumsdiskussion mit den Referentinnen und Referenten im Anschluss bot dem Publikum Gelegenheit, zu fragen und mitzudiskutieren. Eine Ausstellung mit Infotafeln des NABU zu Landwirtschaft und Insekten begleitete die Veranstaltung. In der 6.5 Woche trafen sich in der Hochschule Mittweida Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, um sich über Transferprojekte auszutauschen.